Servus und hallo liebe Instant Gaming Freunde und natürlich auch liebe Pokémon Freunde. Heute möchte ich mit euch gemeinsam über die Punkte gucken, weshalb ich persönlich richtig hyped auf Pokémon Karmazin und Purpur bin. Let's go! Es gibt eine richtige Open World. Heißt für uns, wir müssen nicht der Story folgen und können einfach eine der verschiedenen Storylines machen. Also wir können einfach Prüfungen durchführen, wir können aber auch einfach Orden sammeln oder wir können auf Pokémon Jagd gehen. Das bleibt uns komplett frei überlassen und gleichzeitig ist es die Möglichkeit auch von Beginn an direkt schon alle Funktionen zu nutzen. Heißt wir können fliegen, wir können klettern und wir können schwimmen. Das ist auf jeden Fall schon mal was Neues, das es so noch nicht gab und ich persönlich bin sehr sehr gespannt, wie es denn in der Pokémon Welt so aussehen wird. Heißt für mich persönlich, ich kann endlich machen was ich will und ich bin sehr sehr gespannt, was ich mit dieser Freiheit anfangen werde. Punkt Nummer 2 ist der Online Modus bzw. die Online Kämpfe. Endlich wird es einen richtig guten Online Modus geben. Zumindest ist das das, was angekündigt worden ist. Wir sehen endlich wieder Online Kämpfe, bei denen es sich lohnt, kompetitives Gaming sozusagen zu leben und auch gleichzeitig in die Pokémon Welt zu tragen. Für viele da draußen ist es ein riesengroßes, ja wie soll ich sagen, Schmuckkästchen, mit dem man gemeinsam sein Pokémon Team einfach verbessert und gegen andere auf der Welt da draußen in den Kampf schickt und sieht, wer ist denn der Bessere. Ich denke, das ist ein sehr sehr großer Inhalt dieses Spiels und man hat es bei Pokémon Schwert und Schild ja schon gesehen, auf jeden Fall auch sehr sehr beliebt bei der Community. Punkt Nummer 3, die 9. Generation. Ich kann es irgendwie noch nicht glauben, damals im Schultagalltag war es bei mir wirklich so, mit der Pokémon roten und blauen Edition hat es angefangen und jetzt sind wir bei der verdammten 9. Generation. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, was sie sich haben einfallen lassen. Vor allem hat man in den letzten Trailern ja schon gesehen, dass neue Pokémon verschiedene Formen haben werden. Eine Vergangenheit und Zukunftsform beispielsweise. Das finde ich ein sehr sehr interessantes Konzept und ich bin sehr gespannt, wie man das umgesetzt hat. Für mich der vierte Punkt, der auf jeden Fall auch sehr sehr cool ist, ist das Thema Pokémon laufen frei herum. Und wir haben freie Kampfmöglichkeit. Das heißt, es wird keine Random Encounters mehr geben oder auch keine Trainerkämpfe, die immer Pflicht waren. Das heißt, ich kann mich wirklich frei bewegen und habe die Möglichkeit, jedes Pokémon zu fangen und dann dementsprechend auch dieses in mein Team aufzunehmen. Cool ist außerdem natürlich auch noch, dass die Pokémon sich frei bewegen. Das heißt, sie haben zum Beispiel verschiedene Wesen. Man sieht, das eine Pokémon greift einen an, das andere geht eher schüchtern weg. Also das heißt, auch die Wesen, die in den Pokémon-Reihen vorher sehr sehr viel auch auf die Entwicklung des Pokémons Einfluss hatten, werden hier wieder eine große Rolle spielen. Und dann für mich der letzte Punkt, also der fünfte Punkt, ist der Postgame-Content. Früher war es ja so, wenn man Pokémon durchgespielt hatte, alle Orden hatte, ging es darum, einfach nur alle Pokémon zu fangen. Bei diesem Spiel wird das ein bisschen anders sein. Es wird sehr sehr viel Postgame-Content geben. Man kann sein Team verbessern für die Online-Kämpfe. Man kann natürlich auf die Pokémon-Jagd gehen. Es wird aber auch, da bin ich mir sehr sehr sicher, diverseste DLCs geben, wie wir es auch bei Schwert und Schild gesehen haben, um dann auch noch einiges mit der Welt anzufangen. Ich bin schon sehr gespannt, was Paldea zu bieten hat. Ich bin natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Wirdet ihr es euch holen? Wenn ja, schreibt mal drunter, welche Version es werden wird. Ich bin an der Stelle raus. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Euer Basti. Tschaußen! Tschaußen!